Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Es ist halt jetzt kein Let's Play. Ich möchte einfach mal auf meine Social Networks, beziehungsweise AskFM auch, das zählt ja eigentlich gar nicht zu Social Networks, glaube ich. Wobei zum Teil, ja doch, könnte man so sehen. Egal. Auf jeden Fall möchte ich auf meine Social Networks dann hinweisen. Und zwar auf mein Facebook. Ich habe ein Facebook-Profil für YouTube und eine Facebook-Seite. Ihr könnt meine Seite gerne liken. Ihr könnt mich, wenn ihr die nicht liken wollt, aber trotzdem alle Informationen haben wollt, auch als Freund hinzufügen. Ich nehme da auch alle an. Also ihr bekommt ja, wenn ihr meine Seite liked oder wenn ihr mich als Freund hinzufügt, immer alle Infos. Also, ja, wenn ihr eins von beiden nicht wollt, aber trotzdem alle Informationen haben wollt, dann könnt ihr euch entscheiden für das eine oder andere. Ja, da poste ich immer alle neuen Videos. Also, da könnt ihr auch immer die neuen Videos sehen, falls die YouTube-Abo-Box mal wieder spinnen sollte, was sie ja allzu oft tut. Ja, da seht ihr dann immer, wenn neue Videos rauskommen. Und da poste ich so auch manchmal ein bisschen was. Nicht ganz so oft, aber manchmal kommt es schon vor, dass ich da noch ein paar andere Sachen poste. Ja, als nächstes Twitter. Bei Twitter, da werden auch immer alle neuen Videos angezeigt. Und da poste ich einfach noch so ganz viel Scheiße. Da poste ich öfters mal, was ich gerade mache, einfach so. Also, ich poste da eigentlich, ja, ich poste da ein bisschen viel. Ich habe mal viel mehr gepostet, aber ich wollte das nicht so übertreiben. Und dann habe ich es wieder ein bisschen zurückgenommen. Ich habe nicht, jetzt poste ich nicht mehr ganz so viel. Ja, aber wenn mir von euch, also wenn ein paar von euch mir schon auf Twitter folgen, dann könnt ihr mal vielleicht in die Kommentare schreiben, soll ich wieder mehr posten oder ist das hier gut? Oder vielleicht, also wie viel soll ich ungefähr posten? Soll ich mehr, also mehr tweeten oder weniger oder genauso lassen? Ist mir eigentlich egal. Weil ich habe schon mal eine Zeit lang viel mehr getweetet und das war dann, ja, da habe ich dann irgendwie, zum Teil habe ich alle paar Minuten was getweetet und irgendwann dann nicht mehr. Dann war das zu viel und dann weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, da erhaltet ihr auch ganz viel Infos bei Twitter. Und zu guter Letzt möchte ich noch Ask.fm erwähnen. Denn, ja, Ask.fm werden ja hoffentlich alle von euch kennen. Da könnt ihr mir einfach Fragen stellen. Ihr könnt sie auch anonym stellen, dass ich nicht weiß, von wem die Frage ist. Also dann sieht keiner, von wem die Frage ist. Das ist auch ein Vorteil. Man kann anonyme Fragen stellen, wenn man nicht möchte, dass man erkannt wird oder dass andere wissen, wer die Frage gestellt hat. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall über die meisten Fragen. Nicht über alle, weil manche sind einfach so sinnlos. Zum Teil beantworte ich die richtig sinnlosen Fragen auch einfach gar nicht, weil das ist dann einfach nur dämlich. Aber fast alle beantworte ich, also die meisten. Und ja, ich freue mich auch fast immer über Fragen. Und auf Facebook und Twitter poste ich dann auch manchmal den Link, wenn mir langweilig ist, dass ihr mir Fragen stellt. Also, ja, guckt bei den drei Sachen, beziehungsweise vier Sachen, ist ja Facebook, Profil und Seite. Ist ja alles da so. Die Links, die werden, ja, sind hier jetzt einfach so aufgezählt. Untereinander schätze ich jetzt mal. Und ja, ich kann hier leider im Video drin, nicht irgendwie Twitter oder Facebook oder so verlinken oder AskFM. Hier stehen nur und unten in der Beschreibung findet ihr alle vier Links. Und ja, gut, dann, das sollte nur eine kleine Info werden. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video und ciao, Leute.